Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 115 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 3400 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020